Was geht ab, Leute? Wir starten den Tag mit hoffentlich einem super soften Sandwich. Ne, nicht Spezewirtschaft. Spezewirtschaft wird erstmal eine Weile nicht abgecheckt, weil wir haben hier ein Konzept geändert. Die machen nicht mehr Wochen Special Sandwiches, deswegen habe ich auch so oft vorbeigeschaut, damit ich nichts verpasse und jede Woche ist was Neues. Ne, die machen das jetzt monatlich und diesen Monat haben wir einfach das von der letzten Woche das Special genommen, dementsprechend bin ich erst Juli wieder da. Aber keine Sorge, wir haben vielleicht einen neuen Klassenladen entdeckt. Ein Pull-Pork Sandwich mit Cold Slowman, das klang richtig geil. So nah an den habe ich bei so Food-Bloggern, also die Food-Blogger, die bei Takiwan gesehen. Oh mein Gott, der safter Ghost-Fliesband. Okay, der sieht heftig aus. Holy shit, der ist heftig. Boah, krass. Da gab es noch Pastrami, was ich unbedingt probieren wollte. Ja, nicht heute natürlich. Oh, da seht ihr mich die nächsten paar Tage öfters. Boah. Uh, boah. Richtig saftig, man. Ich komme leider nicht ran, um meine Hände zu waschen. Ah, der war krank, oh mein Gott. Also es gibt lecker und es gibt so lecker, du willst noch eins essen. Das war zweiteres. Und das habe ich schon lange nicht mehr hier in München gehabt. Boah. Ich freue mich auf die nächsten paar Tage mit dem Laden. Freunde. Es geht ab. Es geht ab. Hier, wo ist es? Wie ist es? Weil es laden zu dir alles hingebauen. Was soll das jetzt hier, oder? Grafhorn. Alles klar. Alles gut. Selber. Eis ist es. Ja, es ist echt heiß geworden, ja. Nicht so schön. Das ist die Donnerstagslocation, Leute. Schaut vorbei. Ich bin schon heute zum ersten Mal am Start gewesen. Ich habe auch noch mal hier um die Ecke gewohnt. Eigentlich habe ich das mal geschafft, oder? Ja, aber... Alle waren schon zwei, drei Mal da, oder? Und er so, ich gucke gar nichts mehr. Ich habe gesagt, ich komme ab 18 Uhr, aber da war sie nie da. Mein Gott, schaut mal, Leute. Beste! Beste! Bratte? Egal, nächste Woche neue Sorte, exklusiv für uns. Oh mein Gott, krass. Exklusiv für uns. Neue Sorte Bratte. Echt jetzt? Welche? Boah, was war das? Vanille? Vanille, irgendwas. Hirtens haben schon... Hirtens ist Puntla, Mann. Hirtens? Die hole ich mir. In dem einmal Dings... Hast du das mal Foto gar nicht gesehen? Oder soll ich das Foto zeigen? Da sind doch Bilder drauf, Mann. Das klingt schon krass. Aubergine mit Pult, Lamm habe ich noch nie gegessen. Die gibt es auch nicht immer, im Angebot. Aubergine? Deswegen, die muss man direkt nehmen. Drei! Wir haben uns so hingesetzt. Chunks Idee, damit sie richtig so jurymäßig... So, Manni. Wo? Möschön? Ich bin jetzt vorne. So eine... Großbusige... Möschön! Oh, wie ist dein Typ aus? Oh, der Typ ist dein Typ zu machen. Wo diese Jury sind. Ihr seid? Oh mein Gott, der End. Oh mein Gott, Baris hat noch einen Kiel. Das war schon. Okay, auf Jungs. Auf Samil Versum, Leute. Oh mein Gott, auf Samil Versum. Alter. Das schmeckt perfekt gut, oder? Oh, Chunk. Also, ich finde den Hund, ja. Auch schön kühl. Weg zum Wetter. Schön kühl. Er ist Soma. Lass mich nicht Ruhe, Mann. Ich gebe dir gleich einen Punkt Abzug. Das ist ja wie MacRip. Kann ich essen. Das ist ja wie MacRip, das läuft alles aus. Ja, auch jetzt. Was wolltest du noch? Wie war eigentlich dein Feedback zum Essen? 10 Punkte, Mann. Das war die beste Semmel, die ich je gesehen habe. Ich schwöre, Jungs. Kommt's dir her. Semmel Versum. 1A Qualität. Es gibt mir halt auch Vario, ob ich gehört, aber es ist immer ausverkauft. Das war mal... Für kleine Fahrten, oder? Wenn ich mit Auto in die Stadt fahre, dann fahre ich den E-Scooter weiter. Schön. Aber dann nicht lieber E-Scooter anbieten, oder? Was? Wie, an jeder Ecke gibt's den E-Scooter mit? Ich will doch nicht schauen. Du willst deinen eigenen haben, Mann. Ich fahre nicht mit den Treppen-Dingern, Leute. Krass, dass du eigentlich immer was suchen musst. Ich hab auch Drive-Ner damals geholt. Drive-Ner ist eigentlich N-Scooter. Ja, eigentlich schon, ne? Drive-Ner ist N-Scooter, den kann ich auch machen. Du kannst ja auch, wenn du in einer anderen Stadt bist, oder woanders, zum Beispiel in Mallorca, oder wo du Drive-Ner bist, kannst du Drive-Ner aufruxen. Ja, ich kenne dich schon. Ja, das hab ich damals auch gemacht. Aber ich bin so frau, irgendwelche Autos zu suchen. Aber das muss ja nicht heißen, dass du das alles haben musst, oder? Das war halt damals noch. Das waren die Klassenzeiten, Mann. Da war ja schon Bangs, Alter. Da war alles noch scheißegal. Der beste Orientierenden von uns hat eigentlich Nico, Alter. Da ist auch Nico Away, Mann. Er fährt nach Polen, oder nach Prag, irgendwo hin. Die fahren irgendwo, wo ich sitze, oder irgendeinen Kurzurlaub. Er fährt. Ich kenne den Weg schon bis dahin. Er war ja schon hundertmal da wahrscheinlich. Ich fahr ja so drei Stunden nicht so, keine Ahnung. Er fährt irgendwie den Weg immer durch. Das ist Nico Away, Mann. Also ich kenn schon die Wege, keine Sorge. Er ranziert sich immer nach den Schildern. Wenn er so jetzt zieht, da steht ja im Park dann fetter. Das ist Langfleisch, ey. Ich hab da gar kein Fett, das irgendwie geschmeckt. Es war auch nicht viel Fett drin, ein bisschen zu bald. Ich hab schon geschmolzen und so. Ich hab schon geil geschmolzen und so. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Ohne Scheiße. Wir sehen uns da morgen. Schau. Immer nach der Schicht. Jo, was geht? Abschließende Worte. Wir haben gestern den Daily Vlog nicht verpasst. Nur leicht verspätet rausgebracht. Dementsprechend heute zwei Videos, zwei Vlogs. Äh, ich weiß nicht was mit der Kamera los ist. Die bleibt nach einer gewissen Zeit hängen. Und ihr hört dann nur noch Ton. Ich muss ja auf jeden Fall eine neue Kamera holen. Ihr seid die 7er. Die 8er habe ich geschottert. Jetzt die 7er auch. Aus dem Nichts. Keine Ahnung. Richtig leiden. Deswegen gab es gestern, nach Tati's Truck, haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Aber da habe ich euch nicht mitgenommen, weil die Kamera macht Probleme. Ich checke jetzt zum Beispiel, ob ihr hängen geblieben seid oder nicht. Nee, zum Glück nicht. Also noch geht's. Ich hab euch mal ein bisschen ruhen lassen. Alles voll aufgeladen. Später lösche ich noch alle Sachen von der Kamera. Und dann hoffentlich geht's. Weil die neue Kamera dauert ja eine Weile. Die Jungs kommen jetzt gleich vorbei. Okay, was ist das gleich? Ab 10 Uhr. Dann geht's los mit dem Stream. Schaut's gerne vorbei. Wenn ich sage ab 10 Uhr, dann rechnet er mit 10.30 Uhr. Falls ihr vorbeischauen wollt. Falls ihr heute nichts zu tun habt. Schaut's gerne vorbei. Und chillt mit uns. Wir haben ein paar Sachen auf Lager, die wir heute im Stream machen. Das war's von mir Leute. Hoffentlich funktioniert alles mit der Kamera. Damit wir am Wochenende die Davy Vlogs raushauen können. Und ja, ihr wisst bescheiden. Wie man liken, subscribe, kommentieren. Folgt uns auf Instagram und Twitch natürlich. Jeden Freitag sind wir live. Und ansonsten in Bitcoin. Und die investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir. Ciao, serious business. Und leider nicht so wie ich mit der Kamera momentan. Pierre Fritzien. Vielen Dank.